lo und herzlich willkommen ich bin hier bei einer runde links auf menschen spiele hier ja ich spiele hier die wir und das ist eine 3,3 runde gegen k.i geht immer noch am schnellsten aber nicht viel zeit hat ist das perfekt obwohl ich mal sage das richtige spielen lernt man eigentlich erst wenn man gegen spieler spielt so jetzt warten wir noch auf die versallen die muss ja auch gleich kommen so aber ich stehe nicht dafür hier 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 gut einmal gestorben da hier so weiter geht's mann sind die kleine beiden süß mann Und das nächste ein Kassier. Ich kann nur so entziehen. Ah, retarded. Oh, es geht nicht. Das war's für heute. 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 Oh, ich kriege noch ein Sauschen, die hier. Okay. Oh, wir sind zu spürig. Geht das auch gleich durch? Geht das auch nicht. Dann kann man mal schneller. Ich denke mal nicht, dass du das noch machen. Und dann mal. Da ist's für ein Zettel. Ja, das war ganz klar. Das Lied für deine Zettel, die uns auch haben. Ich glaube hier auch nicht, dass du ein Zettel aufflussst. Aber das ist das Wettel, wo wir alles an Tom einstellen können, dass du das Fettel erstellt hast. Oder das fürasmussen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir saßen kurz bei uns. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen.